Comic-Buchverfilmungen sind, besonders nachdem Marvel sein zusammenhängendes MCU etabliert hat, ein fester Bestandteil unserer heutigen Kinowelt. Und wo einige dieser Filme zwar okay, aber nicht überragend sind, weisen andere wiederum sehr, sehr viel technische Finesse auf und machen, dass man sie einfach lieben muss. Meine persönlichen Top 5 der Comic-Buchverfilmungen habe ich euch heute mal in einer neuen Folge Select zusammengestellt. Ich bin Luke und damit herzlich willkommen! Nachdem 2012 alle Hauptbestandteile der Avengers-Earth-Smiterist-Heroes-Comics zusammengestellt waren, nun bis auf ein paar Nebenrollen, wurde es Zeit für Marvel in das Finale der ersten Phase ihres MCUs mit Marvel's The Avengers von Joss Whedon zu ziehen. Nein! In epischen Proportionen kämpften unsere Helden darin gegen eine vom Gott des Unheils. Loki verursachte Invasion der Alien-Rasse Chitauri. Wundervoll kommt hier der bereits vollständig etablierte und verspielte Charakter des Tony Stark heraus. Wir erfahren einiges über das Geheimnis und die Fähigkeiten des Bruce Banner aka Hulk und erleben auch Captain America nach Jahrzehnten im arktischen Eis, so wie Thor in voller Action. Also Captain America war nicht in Thor, sondern Thor ist auch in voller Action, genauso wie Captain America. Das ist nur, dass ihr es nicht versteht. Das ist geil! Dazu können wir einen Blick in die Abläufe von SHIELD werfen und lernen unterm Strich einfach extrem viel über die Beziehungen zwischen den einzelnen Charakteren dieser Filme. The Avengers ist sowohl dramatisch als auch von der Effektlastigkeit und dem Humor ein unfassbar unterhaltsames Stück Film. Auch wenn es nicht so gritty wie manch anderes Werk ist, ist es fantastische Unterhaltung. Auf dem vierten Platz habe ich einen Film, der bis zu seinem Release als der Underdog unter den Comicbuchverfilmungen galt. Mit Iron Man, Captain America und Co. konnte man ja etwas anfangen, da sie schon immer mal wieder in der Öffentlichkeit ankam. Doch die Guardians of the Galaxy, ein sprechender Baum, ein abgehobener Waschbär, ein Loner aus den 80s und ein großer, grauer Wrestler. Hm? Wie soll das denn bitte unterhaltsam sein? Tja, im Kino zeigte sich, es geht. Und das sogar extrem gut. Sogar wenn nicht vor allem der Baum und der Waschbär haben die Bude gerockt und den Film zu dem gemacht, was er ist. Einem grandiosen Stück Unterhaltung. Ein quietschbuntes, effektlastiges und einfach unheimlich witziges Abenteuer, das sich nicht so erzwungen nach Sci-Fi anfühlt wie so manch anderer Filme in dem Genre. Guardians of the Galaxy ist eine wunderbare Ergänzung zu dem, was wir in den anderen Marvel-Filmen sehen. Und fädelt sich logisch in die Overall-Story des MCUs ein. Und nachdem wir bis jetzt nur Marvel-Filme in dieser Liste hatten, gebe ich euch jetzt auch mal was vom Gegner. Ein kleines Zückerli hingeworfen. DC Comics Watchmen. Ja, der Film mag sehr überzogen und extrem grafisch sein. Ja, einige werden die überzeichneten Charaktere nicht mögen. Aber Watchmen ist, genau wie die Comics, ein wundervolles Beispiel für einen Regisseur, der sich mit dem Quellmaterial beschäftigt hat und gleichzeitig in sich eine fantastische moderne Variante davon, wie die reale Welt aussehen würde, wenn jemand Superkräfte hätte. Obwohl mir immer noch irgendwie entgangen ist, welche Kraft wer jetzt genau hat. Also ich meine, Rorschach ist einfach nur krass, oder? Also das ist seine Fähigkeit. Er ist krass und hat eine magische Maske, die sich verändert. Aber eigentlich ist es nur eine weiße Socke mit Tinte drauf. Jedenfalls kommt man von Zack Snyders Umsetzung dieses Comics nicht umher, sich Gedanken über die Welt und das Universum zu machen und die Existenz an sich. Und ganz besonders gefällt mir hier in dem Zusammenhang Dr. Manhattan ein omnipotentes, allgegenwärtiges und allwissendes Wesen, das sich nur eine einzige Frage stellt. Warum er existiert? Fantastisch. Ein weiteres DC-Meisterwerk auf den Händen eines anderen filmischen Genies ist The Dark Knight Rises von Chris Nolan. Mit Heath Ledgers Performance als der Joker. Es war seine letzte Performance. Ledger war so ein ambitionierter Method Actor, dass er sich in den Wahnsinn seines Charakters hineinversetzte und nicht mehr herauskam. Diese Persona fraß ihn auf und er verfiel in immense Depressionen und starb schlussendlich an einer extremen Wechselwirkung verschiedener Beruhigungsmittel, die er wegen seiner Probleme und aus Suchtgründen einnahm. In The Dark Knight Rises geht es um den Joker, den absoluten Nemesis von Batman. Ledger stellte diesen Charakter so überzeugend und gut dar, dass selbst Schauspieler am Set vollkommen schockiert und betroffen wurden, als sie ihn erlebten. Doch nicht nur diese fantastische Performance, sondern auch das gesamte Wechselspiel von Farben und Lichtern, die Storyline und Entwicklung der Charaktere sowie jedes kleine Detail spielte mit hinein in den wundervollen Film, den wir hier sehen. Das ist nicht nur einer der besten Comicbuchfilme, sondern einfach einer der besten Filme überhaupt. Und auf Platz 1 ist nun ein Film, den viele vermutlich nicht so platzieren würden. Dennoch tue ich dies und ich nenne euch gleich die Gründe. Mein Platz 1 ist Iron Man aus 2008. Zunächst einmal habe ich Iron Man hier wegen dem fantastischen Casting gewählt. Robert Downey Jr. ist quasi Real Life Tony Stark, wenn man mal von mechanischem und technischem Geschick absieht. Diese Rolle ist ihn wie auf dem Leib geschneidert und de facto graut es mir bereits von dem Tag, an dem er durch einen Reboot ersetzt werden könnte. Als nächstes kommt der Aufbau. Marvel hatte schon damals den großen Plan, alle ihre Filme miteinander zu verknüpfen und baute so viele kleine Dinge in diesen Filmen schon mit ein, die erst viel, viel später wirklich Sinn ergaben. Und dann der Ansatz von Stark als Charakter selbst ist so wunderbar. Das war einfach wunderbar. Also aus den Comics natürlich. Ein Waffenhersteller, der im Angesicht der Zerstörung seiner eigenen Machtwerke alles umdreht und zum Beschützer der Welt wird. Das noch mit viel Humor und Witz und absolutem Desinteresse seine Identität geheimzuhalten. Iron Man ebnete den Weg für inzwischen fast 10 Jahre kontinuierliche Comicbuchfilme und uns stehen noch mindestens zwei weitere Jahre bevor. Und die anderen Phasen des MCUs sind ja jetzt noch nicht ganz bekannt, aber irgendwann sind die Leute wahrscheinlich auch ein bisschen zu alt. Iron Man ist, was all diese Filme des MCUs zusammenhält. Und das sehen wir auch gerade jetzt wieder im neuen Spider-Man-Film. Wo sich viele beschweren, was Tony darin zu suchen hat, sage ich nur, wo ein Tony hinpasst, soll ein Tony rein. Ich werde nie genug von Robert Downey Jr. als Iron Man bekommen. Wie seht ihr das denn? Und was ist eure Lieblings-Comicbuch-Verfilmung? Hier in der Mitte könnt ihr jetzt noch abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns nächstes Mal. Rinn hier hauen. Da wäre mir fast ein Rülpser rausgekommen. Sick. Ist fuck.